Musik Herzlich Willkommen hier auf der Bühne vor deinem Gerät. Er signalisiert, dass er nichts mehr sagen möchte, sondern konzentriert sich auf die Aufgabe, die vorhin liegt. Nämlich in den Himmel zu rasen, fast in die Stratosphäre. Aber was viel wichtiger ist, Nico, du hältst schon die Daumen, oder? Dass der Papa wieder gesund runterkommt. Helm ist auf, Handschuhe. Und wie gesagt, liebe Freunde, Konzentration. Das wird dann sehr, sehr rasch funktionieren. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Es gibt nicht Holzgas, es gibt nicht Viertengas, es gibt ein bisschen Probieren. Es gibt Vollgas oder nichts. Und Günther braucht von seiner Westbahn alles, was drinnen steht. Alle BS. Er kann nicht mit der Drehzahl runtergehen, sondern muss alles rausreißen, was seine Vespa hergeht. Also, Kuntakt. Die Maschine wird warm geworden. Das scheint alles zu funktionieren. Günther besteigt seine Vespa. Zweitakter ist heiß gelaufen. Alles Gute, Günther. Legen los. Boi, boi, boi. Holen wir den Weltrekord! Waaah! Fantastisch! Neuer Weltrekord! Günther, du hast es geschafft. Super! Und jetzt heil runterkommen ist die Devise. Ein neuer, fantastischer Weltrekord. Er ist ursprünglich gestanden bei 8,50 Meter. Ob ich weiß, es ist jetzt gar neu, ist neu, weil er gar nicht hat. Da haben wir es gar nicht einschätzt, aber es war total am Limit. Ich bin Weltrekordhalter in der höchsten Fahrt auf einem Stahlseil, auf einem 7mm Stahlseil senkrecht beim Hochfahren. Wir haben gesagt, wir haben gewusst, dass der Papa schafft. Ja. So viel Energie, was da drin steckt. Ja. Tag und Nacht Arbeit. Ja, Tag und Nacht Arbeit. Auch den Kurven rauskriegt. Also, herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord. Günther Schachtermeyer-Steyer. Gratulation! Und jetzt Party und Musik. Herzlichen Dank für die Unterstützung und einen schönen Abend. 定 habla somat火 después. Und jetzt werden bei euch in die Punkt 2 close auf auf surge. gutmeden bekannt unterdessen. Auch den Computer schafft es ab. Bis zum nächsten Mal.